Warum Funwool bei diesem Set alte Designmarken wieder neu aufleben lässt, das erfahrt ihr in diesem Review. Untertitelung. BR 2018 Howdy, liebe Klemmerstein-Fans. Und ja, diese Begrüßung tut mir genauso weh wie euch. Ich habe euch von Funwool diesen wunderschönen Western-Saloon mitgebracht. Das ist die FH 9021, 2026 Teile stark, mit Lichtkit natürlich. Liegt bei 120 Euro UVP, würde ich jetzt mal so sagen. Aktuell gibt es bei Funwool den Black Friday Sale. Da gibt es Rabatte, Rabatte, Rabatte. Unten in der Infobox gibt es einen Link dazu. Könnt ihr reingucken. Geht noch, ich glaube, bis Sonntag. Ja, ich glaube bis Sonntag. Das Video kommt am Sonntag raus. Wahrscheinlich geht es dann noch an dem Tag, wo es rauskommt. Ja, mir wurde dieses Set von Funwool zur Verfügung gestellt. Deswegen gibt es halt auch den Link da unten. Deswegen gibt es einen Rabatt und so weiter. Das war es allerdings schon. Also ich kriege hier kein Geld dafür, dass ich das mache. Und mir wurde auch nicht großartig reingeredet. Dementsprechend, tada, hier sind wir jetzt. Funwool hat, glaube ich, mittlerweile so ziemlich jede Szenerie mehr oder weniger abgeklopft. Also wir haben eine Waldhütte. Wir haben die in verschiedensten Ausführungen. Also einmal das A-Frame-Cabin, dann eine normale Waldhütte. Dann haben wir Steampunk. Im Mittelalter haben wir auch schon. Und Piraten, glaube ich, fangen wir auch gerade an. Ein bisschen Indiana Jones-Flair hatten wir auch schon am Start. Jetzt sind wir halt im Böden Westen angekommen. Auch cool. Das ist auch der primäre Grund, warum dieses Set hier steht. Funwool fragt mich immer mal wieder an, ob ich Lust habe, Sets vorzustellen. Meistens sage ich nö. Ab und zu, wenn ein interessantes Set ankommt, dann sage ich, jo, das war bei diesem Set der Fall. Was erwartet uns bei diesem Set? Das ist eine Frage, die man sich bei jedem Funwool-Set stellen sollte tatsächlich. Nicht, weil die Sets katastrophal schlecht wären, sondern weil sie immer eine gewisse Art von Vorfreude bei mir erzeugen. Und dann so hintenrum das nicht so wirklich halten können. Das ist bei diesem Set nicht viel anders. So viel kann ich schon mal vorweg verraten. Funwool zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass sie halt eben das Ganze beleuchten. Ja, das sieht man hier hinten auch. Da wird nochmal erklärt. Jo, ist beleuchtet. Der Karton hier übrigens, ne, ist zum Aufklappen. Ihr kennt den Standard-Funwool-Karton. Hinten leider nicht wirklich das Set erklärt. Das macht dafür dieser Kavenzmann von Anleitungen. Ja, guckt euch mal an, wie dick das ist, ja. Hat einen gummierten Umschlag. Kann man locker, locker jemanden mit erschlagen. Wenn ihr unzufrieden seid mit dem Set, ist es mittlerweile eine Servicekarte von Funwool. Ich habe diese Anleitung nicht gebaut, denn, und das finde ich sehr lobenswert, es gibt bei Funwool mittlerweile einen QR-Code, den ihr scannen könnt. Und dann könnt ihr, ich glaube, es ist auf einer Google Cloud oder auf einem Google Drive gehostet, die PDF-Anleitung runterladen. Was Funwool immer noch nicht macht, ist eine Teilliste. Die gibt es nicht. Ansonsten ist die Anleitung über jeden Zweifel erhaben. Das Druckbild ist groß. Die Aufdröselung der einzelnen Bauschritte ist für jeden handelbar. Klar, das Set hat über 2000 Teile. Das ist jetzt nichts für einen Sechsjährigen. Aber ich glaube, so ab 8, 9 kann man das schon bauen. Also Schwierigkeitsgrad nicht vorhanden. Dazu kommt tatsächlich, dass die 2026 Teile auch noch auf 12 Bauabschnitte aufgeteilt werden. Das bedeutet im Endeffekt, zumindest war es beim Minervall, ich hatte halt hier irgendwie, nachdem ich die Baseplate gebaut hatte, hatte ich immer rechts von mir einen Hümpel mit großen Teilen und links von mir einen Hümpel mit kleineren Teilen. Weil meistens bestand halt eben ein Bauabschnitt aus zwei Typen. Ab und zu auch mal aus drei. Und wenn es richtig kriminell wurde, hatten wir vier Typen. Und dann baut man das halt so gemütlich vor sich hin. Es ist allgemein so, dieses Set vom Bauerlebnis her wirkt so, als ob Phanol hingegangen wäre und gesagt hätte, okay, wir nehmen all diese nervigen kleinen Punkte raus, die bei so Modulargebäuden nerven können. Es ist kein wirkliches Modulargebäude, denn man kann hier nichts abnehmen. Man kann es aber hinten aufklappen. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Also sprich, alle großflächigen Mauerwerke, ja, also wo ihr hochmauert, die werden bei 6x6 Paneele ganz oft gelöst. Das sorgt natürlich dafür, dass ihr schnell hochbaut und schnell, ja, also wenig mit frickeligen Kleinteilen zu tun habt. Das sorgt aber auch dafür, dass dieses Set so ein bisschen wirkt wie so eine Filmkulisse. Also ihr baut quasi hier vorne relativ viele Details, ne? Also mit, ja, mit den Vordächern hier, mit dem Balkon hier oben oder auch hier mit dieser Bretterfassade hier. Da baut ihr halt schon relativ viele Details. Das ist auch ein bisschen kleinteilig, genauso wie halt eben, ja, hier diese, ja, was ist denn das? Keine Ahnung. Die Reling, sag ich mal, beziehungsweise die Terrasse hier vorne, gefließt ist, während natürlich der Boden hier unten nicht gefließt ist, weil das dann natürlich so Steppe symbolisieren, darstellen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Detailmäßig fällt das Ganze dann aber nach hinten komplett ab, ja? Also wenn ihr das dann hier so umdreht, ist das einfach nur ein Klotz. Kein besonders schöner Klotz auch, ne? Also es ist halt ein penfarbener Klotz und den könnt ihr dann hier aufklappen. Ich nehme mal hier das bisschen ulkige Szenerie mal kurz zur Seite. Und dann könnt ihr quasi den Saloon komplett bespielen. Finde ich cool. Ihr seht aber auch schon, gut, dass wir ein Lichtkit haben. Dass hier übrigens hier oben auf dem Dach versteckt ist. Äh, denn sonst wird es ein bisschen, ja, dünn, ne? Mit der Sichtbarkeit. Aber, dann seht ihr auch gleich hier in der Mitte von dem Innenraum prangt ein richtig fetter, schöner Kronleuchter. Beziehungsweise in dem Fall ist es natürlich einfach ein Leuchter aus, ein Kerzenleuchter. So, ne? Weil elektrischen Strom oder Elektrizität, elektrischen Strom, den gab es damals halt einfach noch nicht. Und da seht ihr auch, ne? Also wie gesagt, von vorne. Hui. Von hinten. Pui. Ja? Macht auch nicht wirklich viel Spaß, das zu bauen. Geht aber dafür schnell. Prinzipiell ist es so, ihr baut das natürlich von unten nach oben. Haha, wie soll das anders sein? Es ist tatsächlich so, dass vieles, was nerven könnte, einfach weggestreamlined wurde. Ja? Also vereinfacht wurde. Was ich vom Bauen her ganz cool finde, ist tatsächlich hier diese Bretterfassade im ersten Geschoss. Weil, ähm, das baut ihr quasi, äh, bebaut die Viererplates aufeinander und die werden dann über eine Hingeplate so angestellt und werden dann so ein bisschen in Position gehalten, halt oben von einer Reihe Plates und halt eben von diesen Fenstern, die ihr noch baut. Ihr seht auch schon rein von der Art und Weise, was ihr da baut, ihr baut relativ oft das gleiche. Also diese Fenster zum Beispiel, die baut ihr dann insgesamt achtmal. Wenn man das einmal gebaut hat, dann kann man es im Schlaf sozusagen. Also ich habe irgendwann auch nicht mehr oft in die Anleitung geguckt bei einigen Bauabschnitten. Dasselbe ist hier oben, ne? Also ich meine diese Verkleidung hier, dann dieser Wasserspeicher hier oben, nette Details. Aber auch das, ne? Das ist hier aus einmal vier Bricks gebaut. Das baut ihr auch super schnell, ne? Ja, der Saloon-Schriftzug ist ein Druck. Ansonsten ist der Rest alles mit Aufklebern gestaltet, auch die Dollarnoten im Innenraum sozusagen. Der einzige Aufkleber, den ich aufgebaut habe, ist dieser Steckbrief hier. Weil mir aufgefallen ist, dass Funhole, anders als bei den Sets, die ich bis jetzt von denen gebaut habe, ganz normale Aufkleber jetzt auf einmal benutzt. Und keine Transferaufkleber mehr. Komischerweise ist aber die Pinzette immer noch dabei. Hä? Übrigens an Steinen bleibt wirklich nur Krüschelkram über. Dazu gibt es dann noch einen Teile-Trenner und hat das Licht. So. Warum? Wieso wird es halb? Keine Ahnung. Auch lustig finde ich tatsächlich, dass sie immer noch diese riesenfette Batteriebox benutzen. Und sie montieren diese auf dem Dach. Also sie legen die... Samadiki! Lustig finde ich, dass sie immer noch die gleiche selbe große Batteriebox benutzen. Und die legen sich ja aufs Dach und die muss man dann abnehmen, um sie unten anzuschalten. I don't know why. Ansonsten ist das Licht-Kit wie immer ein bisschen frickelig zu bauen, aber prinzipiell kann man das schon ganz gut verbauen. Es wird super erklärt, da gibt es überhaupt keine Fragen. Mittlerweile ist es auch so, dass es gibt die Tüte F. Da sind die Figuren drin. Und da ist alles so ein bisschen drin, was mit Funhole-Spezialsteinen zu tun hat. Denn Funhole hat, um diese Kabel zum Beispiel durchführen zu können, Plates mit einer Mittelaussparung entwickelt. Oho! Die haben sie schon länger, aber mittlerweile sind die halt in einer Einzeltüte wegsortiert, dass man die nicht immer irgendwie unter dem ganzen Haufen von Einzelteilen suchen muss. Dadurch, dass hier halt alle anderen Motive mit Aufklebern gelöst wurden, ist das Bautos-Set so ein bisschen optisch ab. Sonst fällt mir aber relativ wenig Negatives zum Thema Aufkleber an. Also ich meine, man hätte es auch einfach alles drucken können, wenn man diesen Schriftzug schon druckt. Aber immerhin druckt man zumindest den Schriftzug. Aber warum man dann nicht irgendwie, keine Ahnung, anfängt, einmal zwei und einmal eins Roundplates, beziehungsweise normale Plates zu bedrucken, Teils zu bedrucken, verstehe ich nicht. Nett zu bauen sind auch diese Kakteen oder Kaktusse hier. Und dieser kleine abgestorbene Baum ist auch eigentlich ganz süß zu bauen. Sonst baut hier relativ viel Standardzeug. Also alles schon mal irgendwie gesehen, gemacht. Da ist nichts, was einen irgendwie großartig herausfordern sollte. Also für Einsteiger ist das wirklich ein ziemlich gut geeignetes Set. Es gibt drei Minifiguren dazu. Das ist einmal ein Barkeeper, einmal ein Sheriff und einmal, ja man könnte sagen, ein Saloon-Besucher. Die Minifiguren sind für Kinder nicht so gut baubar, weil die Hände und die Arme müssen separat ineinander gesteckt werden. Oder beziehungsweise in den Torso und dann natürlich die Hände in den Arm. Und das braucht relativ viel Kraftaufwand. Es gibt eine kleine Spielfunktion. Wenn ihr hier dran dreht, dann geht hier halt das Ding raus. Wow! Könnt ihr hier in so einen versteckten Raum reingucken. Kann man jetzt drüber streiten, ob man das gebraucht hätte. Kabel allgemein versteckt Pfannenhol in diesem Set relativ gut. Teile-Qualität ist auch nicht von schlechten Eltern. Also, Grobrichstein prinzipiell. Ich hatte ein paar zerkratzte Fliesen, ein paar stumpfe Fliesen, aber jetzt nichts, was irgendwie großartig genervt hat. So. Wenn man jetzt nicht total Dös-Badley anstellt, dann kriegt man auch dieses Stück Mauerwerk da wieder rein. Und irgendwie auch ein bisschen bündig reingedrückt. Ansonsten finde ich die Fassade sehr schön, sehr gelungen auch. Ich finde den Mix aus Sandgreen, Tann und Braun sehr gelungen, in sich stimmig, schön abgestuft. Vielleicht unter Umständen kann man jetzt darüber streiten, ob das Ganze, ja, für das, was dann wirklich im Inneren passiert, ein bisschen sehr groß geraten ist. Aber hey, der Innengaum, tatsächlich, ja, dem fehlt so ein bisschen Logik. Ja, also wir haben hier oben die Galerie, aber warum haben wir die Galerie da oben? Keine Ahnung. Der Kerzenleuchter oder, ja, der Kerzenleuchter in der Mitte vom Raum ist natürlich ein schönes Centerpiece, also macht wirklich was her. Ansonsten ist es halt so, ja, so eine generische 0815-Celloon-Einrichtung, ne? Was man halt so erwartet, ist da. Also es gibt einen Spieltisch in der Mitte, es gibt ein Klavier. Wie gesagt, es gibt diese Galerie, wo man den Bösewicht runterboxen kann. Anders kann ich mir das nicht erklären, warum die da ist, weil ansonsten hat die keine Funktion. Es gibt ja sonst keine zusätzlichen Räume. Es gibt auch keine Betten oder so, also keine Schlafzimmer, die vermietet werden. Es sind halt eben nur zwei Ebenen, ja? Und wenn man ganz ehrlich ist, ist die zweite Ebene auch, sagen wir mal so, sehr spartanisch ausgestattet, ja? Klar, hier und da, also die Spieluhr, beziehungsweise die Pendeluhr finde ich noch ganz schön gemacht. Was Funhole gerne macht, was sie auch hier machen, so Stühle einfach lose reinstellen, ne? Warum auch immer. Man könnte sie auch irgendwo daran festnocken, ja? Bei anderen Sachen kriegt's Funhole ja auch hin. Und, äh, natürlich, äh, das Lichtkit inszenieren sie. Also mit dem Lichtkit schaffen sie natürlich, äh, Tiefe und Stimmung. Ich hab leider wirklich mit Funhole immer so ein kleines Problem, weil... Einfach mir fehlt bei all diesen Sets so der Witz. Das zwinkernde Auge. Das, was so ein Lego-Modular auch so ein bisschen ausmacht zum Beispiel. Dass einfach irgendwie nochmal so ein paar kleine Details versteckt sind. Dass hier nochmal eine Katze rumstreunert oder da nochmal eine Anspielung ist auf irgendeine Filmszene oder auf irgendein anderes altes Lego-Set. Das fehlt hier halt alles. Klar, man versucht halt mit so kleinen Details, äh, wie den Kakteen oder halt eben der Pendeluhr und, ähm, dem Spieltisch, ne? Der voll ist mit, äh, Spielkarten und Dollarnoten. Da irgendwie so eine Art Erzählung reinzubekommen. Aber so eine richtige Erzählung ist dann halt eben doch nicht vorhanden. Ja, und das ist halt ein bisschen schade, ne? Ich mein, die Minifiguren, das sind drei Stück an der Zahl. Die geben zumindest die Möglichkeit, dass man damit spielen kann. Dass man es hinten aufklappen kann, ist auch süß. Alles andere wäre aber auch schlicht und ergreifende Frechheit, ja? Also warum baue ich denn so ein, ja, relativ detailliertes Innenleben, wenn ich das nicht zumindest angucken kann oder zumindest halbwegs bespielen kann? Wie gesagt, würde man hier nur die äußere Kulisse bewerten, also beziehungsweise die vordere Kulisse hier bewerten. Ich nenne es jetzt auch deswegen Kulisse, weil es ja im Endeffekt eine ist, ne? Weil nach hinten sieht es halt einfach aus wie ein eckiger Kastenbau. Dann ist das ein sehr stimmiges Set. Wenn man sich das anguckt, ist man ganz froh, dass man das hier hinten aufklappen kann, ne? So ist es dann im Endeffekt leider. Es ist ein typisches Funhole-Set. Ja, das Funhole kriegt es hin, Sets zu kreieren, die halt immer nur von einer Seite gut aussehen. Oder wenn man genauer hinguckt, dann so ein bisschen abbauen. Genau. Kommen wir mal zum Fazit. Also, wenn man sich anguckt, wo Funhole hergekommen ist, ne? Also ihre ersten zwei Sets, eins davon habe ich gebaut, wo es dann halt ab und zu Probleme gab, diese ganz kleinen, süßen Lichtschläuche, beziehungsweise die, ja, Stromkabel richtig zu verlegen, weil ihnen halt irgendwie noch Spezialsteine fehlten, das Problem haben sie gelöst. Sie erarbeiten jetzt auch vermehrt mit Drucken und dafür sparen sie jetzt irgendwie beim Aufkleberbogen. Schade. Die Steinequalität ist nach wie vor auf sehr hohem Niveau. Man kann damit gut bauen. Klar, hier und da ein paar Stumpfe Fliesen, das muss man irgendwie einkalkulieren, aber prinzipiell ist das wirklich eine sehr gute Teilequalität. Farbtreue ist super. Entgratung, Angusspunkte, etc. Alles auf sehr hohem Niveau. Man kauft halt bei Wobrixx ein, ne? So. Anleitung war bei Funhole noch nie ein Thema, ist immer gut erklärt, auch der, auch die Installation des Lichtkits ist gut erklärt. Da hat Funhole eigentlich auch keinen Verbesserungsbedarf. Wenn es um die konstruktive Qualität geht, beziehungsweise auch um die Originalität, dann hat dieses Set schon einen gewissen Witz und einen gewissen Charme, ja, und ich finde auch, das Innenleben ist durchaus liebevoll und detailliert ausgestaltet. Es fehlt aber so ein bisschen an dem letzten Quäntchen im Finish. Das ist einfach so. Und gerade dieses Set zeigt wirklich sehr gut, dass ein Funhole-Set immer sehr schöne Elemente hat, wo die wirklich sehr viel Mühe geben. Und dann guckt man hinten ran und dann sieht man so, okay, da ist nichts mehr. Auch das Dach zum Beispiel, das sind einfach nur 6x6, 8x6, 16x16 Plates irgendwie ein bisschen verbunden zusammen, dass das irgendwie notdürftig hält. Da ist irgendwie auch kein Witz hinter. Das Dach an sich, es besteht auch nur aus Noppen, ja, dann ist hier halt eben noch der Wasserspeicher drauf. Und hier versteckt sich die Batteriebox. Da könnte auch eine USB-Powerbank, ist auch kein Problem. Aber das ist es halt. Also hier ist dann auch wirklich einfach keinerlei Gestaltung mehr reingegangen. Das Ganze versucht man natürlich zu kaschieren, indem man hier quasi, ja, diese Fassadenerhöhung aufbaut, ja, diesen kleinen Zaun sozusagen. Und dass man hier halt eben noch mit, ja, Flex-Exels oder Schlauch irgendwie hier noch so eine Zierleiste reinsetzt. Aber im Endeffekt ist es halt einfach wirklich nicht großartig ausgestaltet, was das angeht. Und das ist es halt eben. Also das ist ein typisches Funhole-Set. Es ist preis-leistungsmäßig über jeden Zweifel nachhaben. Also 120 Euro für über 2000 Teile in einer sehr guten Qualität mit einem Lichtkit. Da muss man eigentlich nicht großartig drüber nachdenken. Ich glaube, das Set ist aktuell auch ausverkauft. Ja, Western-Thema geht immer. Und es gibt sicherlich gruseligere Western-Saloons. Gruselige gehen raus nach Flörsheim. Und auch schlechter zu bauen und qualitativ schlechtere. Darum, da vorgehen wir hier nicht. Aber wenn man jetzt so all in all das Ganze bewertet, dann ist es immer so, dass bei Funhole, um wirklich richtig überzeugend dazustehen und zu sagen, ja, kauf den Kram bitte sofort. Dafür fehlt es dann immer. So hinten raus. Aber ansonsten, wenn ihr ein Western-Saloon braucht oder haben wollt mit einer stimmigen Beleuchtung, ja, also kann man ja nichts gegen sagen gegen die Beleuchtung, und halt eben in einer hohen Bespielbarkeit, der Bespielbar ist der, dann seid ihr hier nicht ganz verkehrt. Kleines Funktionalitäts-Gimmick hier mit der, wer sich rausdrückenden Wand hat, das gute Stück auch mit dem kleinen Secret-Room, dann macht ihr da nichts falsch. Schnell, ach, wenn ich schon mal dabei bin, ja, diese Türen, diese Standard-Türen, die passen hier auch nicht rein. Naja. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich hoffe, ihr bleibt mir gewogen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann aber mal ausnahmsweise mit einem Technik-Set auf diesem Kanal. Bis dann, bleibt gesund, baut was Schönes, euer Captain.